Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Also bleibt dran, mehr dazu am Ende des Videos. Auch im November stehen die Liebessterne über weite Strecken günstig zur Zwillinge-Sonne. Und sie zeigen für die Singles unter euch aktive Verehrer an. Es geht aber auch einige kosmische Energie in den Bereich eurer Gesundheit und auch des Joballtags, sodass ihr vielleicht darauf achten müsst, dass euch genug Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens bleibt. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen genauer an. Und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also mit den langfristig wirkenden Konstellationen. Jupiter steht ja jetzt nicht mehr im direkten Aspekt zur Zwillinge-Sonne, aber in eurem sechsten Sonnenhaus. Und das kann sich sehr angenehm auf eure Arbeitsumgebung auswirken. Es kann Verbesserungen im Job geben. Ihr bekommt das Vertrauen der Vorgesetzten und der Mitarbeiter. Ihr habt mehr Freude an der Arbeit. Ihr seht den Sinn im Job. Erfolgserlebnisse zeichnen sich ab. Und es ist auch eine gute Zeit für gesundheitliche Maßnahmen, zum Beispiel um einen guten Heiler zu finden oder um die Ernährung umzustellen. Krankheiten heilen besser und außerdem könnt ihr euren täglichen Abläufen einen neuen Sinn geben. Mehr über die mythologische und tiefenpsychologische Bedeutung dieses Aspektes erfahrt ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Ja, dann muss ich noch diesen etwas schwierigeren Aspekt ansprechen. Hab da jetzt auch ja schon einige Jahre und es wird auch noch einige Jahre so weitergehen. Das ist das Quadrat zu Neptun. Der steht für euch im 10. Sonnenhaus. Und das Quadrat zur Sonne erzählt eben davon, dass es schwierig ist, Entscheidungen zu treffen. Wenn es wirklich die Chefetage betrifft, vielleicht auch eine Cheffigur, die unklar ist, wo ihr nicht genau wisst, was da los ist oder eine Situation, die unklar ist. Aber rein vom Aspekt her jetzt, vom Quadrat her, hat es eben auch, was die Liebe angeht, oft mit Heimlichkeiten zu tun. Sei es, dass ihr selbst was Heimliches laufen habt, sei es, dass jemand anders, oder eurer Partner, was Heimliches laufen habt. Mit Neptun muss man damit rechnen. Es kann auch sein, dass man sich in eine Fantasie hineinsteigert, also in eine Schwärmerei, die dann keine Erfüllung findet oder dass man jemand Neues kennenlernt und der hat aber schon einen Partner. Also ihr müsst, wenn ihr jemanden kennenlernt und merkt, es ist alles nicht so ganz klar, müsst ihr halt wirklich euch Zeit nehmen oder eben auch mal genau nachfragen. und ihr solltet euch auch selber um möglichst viel Klarheit bemühen. Bei den Zwillingen passiert es auch öfter, dass sie doppelte Signale aussenden, dass vielleicht andere denken, ihr werdet in sie verliebt. Das stimmt aber gar nicht. Dann kommt es zu komischen Situationen, weil da ein Missverständnis da ist. Also da gibt es viele Ebenen. Ich habe das im Jahreshoroskop schon sehr, sehr genau erklärt. Da könnt ihr notfalls noch mal reinschauen. Und diesen Aspekt empfangen im Juni die Geburtstagskinder, die zwischen, äh nicht im Juni, im November, aber die Geburtstagskinder vom 1. bis zum 3. Juni. Dann habt ihr ja noch die Opposition Saturn. Das ist aber bald ausgestanden. Saturn wird nämlich am 20. Dezember das Zeichen wechseln und damit auch aus dem direkten Aspekt zur Zwillinge-Sonne rausgehen. Also bis dahin haltet noch durch. Und der steht ja bei euch im Partnerhaus. Das war für viele Zwillinge-Geborene auch nicht einfach. Und es gab auch einige Trennungen, weil Saturn eben auch trennt, was nicht mehr zusammengehört. Jetzt in diesem Monat ist ganz schön, dass der Saturn die ganze Zeit in einem förderlichen Aspekt zu Uranus steht. Und das ist ein Planet, der euch mehr liegt. Der ist inspirierend und witzig und aufregend und anregend. Und der steht auch für euch günstig. Und diese beiden wirken jetzt gleichzeitig auf euch ein. Das heißt also, wenn es zu Stress kommen sollte in der Partnerschaft, dann habt ihr aber auch gute Ideen. Oder ihr bekommt vielleicht Unterstützung durch Freunde, die euch dann helfen. Dann können sich dann unerwartete Lösungen ergeben. Und wie sich das sonst noch auswirkt, das beschreibe ich auch gleich noch in dem Monatshoroskop. Aber jetzt erst mal so viel für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 19. Juni Geburtstag haben. Also auf die wirkt jetzt dieser Doppelaspekt ein im November. Okay, und dann gibt es noch eine ganz wichtige neue Entwicklung. Die wilde Göttin Lillith. Die wird sich auch hier aus dem Schützen verabschieden am 9. November und dann ins Steinbock Zeichen gehen und damit auch aus dem direkten Aspekt zur Zwillinge Sonne rausgehen. Und das wird wahrscheinlich doch für so einige von euch, vor allen Dingen der dritten Dekade, eine Erleichterung bringen. Denn vor allem in den letzten Wochen war es für euch bestimmt manchmal schwierig in der Partnerschaft, weil da die Lillith auch noch mit Saturn zusammengekommen ist. Es gab viele Widerstände und es war schwer, Kompromisse zu finden. Und Lillith wird dann in euer 8. Sonnenhaus gehen und das kann euch dazu anregen, euch mit den Mysterien des Lebens zu beschäftigen. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Gehe deinen eigenen Weg. Da bin ich ausführlich auf die Bedeutung von Lillith im Steinbock für alle Sternzeichen eingegangen. Ja, und damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Zu Beginn des Monats habt ihr die Liebesplaneten Venus und Mars beide im Zeichen Waage in einem sehr schönen Aspekt zur Zwillinge Sonne und im fünften Sonnenhaus der Lebensfreude. Und der Mars steht in der ersten Dekade sehr sexy und sportlich. Da sind zum Beispiel Flirts möglich, wenn ihr trainieren geht. Und die Venus steht in der dritten Dekade sehr erotisch und verführerisch und auch inspirierend für kreative Zwillinge. Dann haben wir Sonne, Merkur und der Jupiter. Die stehen im Skorpion in eurem sechsten Sonnenhaus. Das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Das kann heißen, dass auch viel Energie wirklich in den Job, in den Arbeitsalltag geht. Merkur herrscht ja auch bei euch. Es ist also schon so, dass ihr auch sehr damit beschäftigt seid, was so täglich abläuft. Und durch den Jupiter scheint das aber auch alles recht positiv zu verlaufen. Deswegen geht dem ruhig auch nach. Aber das Gute ist ja, der 1. November ist ein Feiertag und das ist für euch gleich ein Top-Tag. Und dieser Tag, den könnt ihr genießen. Vielleicht habt ihr ja mit jemandem toll am Halloween gefeiert und könnt den Tag jetzt im Bett verbringen. Und wenn ihr für euch alleine seid, dann nutzt diesen Tag doch für ein ausgiebiges Wellness- und Verwöhnprogramm. Genau. Und dann haben wir am 4. die nächste wichtige Konstellation. Das ist der Vollmond. Und der spielt sich ja auf der Achse Stier-Skorpion ab. Das ist für euch in den Sonnenhäusern 6 und 12. Also ist eine Anregung für spirituelle Zwillinge. Aber was für euch noch spannender ist, wir haben hier diese prickelnde Spannung zwischen Venus und Uranus. Und insofern ist das also auch eine sehr Flirt-intensive Konstellation. Und rund um diesen Vollmond sind deswegen heiße Flirts möglich. Und auch wenn es vielleicht zunächst so aussieht, als würde alles dagegen sprechen, kann es doch noch ein liebes Happy End geben. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Sonntag, den 5. November. Da geht der Merkur ins Zeichen Schütze. Optimistisches Denken macht sich breit. Und das bei euch im Partnerhaus. Das heißt, ihr seid dann auch gut im Gespräch mit eurem Gegenüber. Und es prickelt weiterhin bei euch im Haus der Lebensfreude und auch der heißen Affären. Das ist ein super Aspekt für kreative Zwillinge und für Singles. Und auch, um mit euren Freunden eine gute Zeit zu haben. Weiter geht es dann am 7. November, wenn die Venus in den Skorpion eintritt. Dann passiert wieder was, weil das ist eine andere Energie. Geht dann aus der Waage raus, damit auch aus dem Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Aber in eure Arbeitsplatz-Situation hinein habt ihr vielleicht Lust, da für Verbesserung und Verschönerung zu sorgen. Und seid dann in den nächsten Wochen auch sehr beliebt. Und das kann auch ein Büro-Flirt mit sich bringen. Am 8. November geht dann der Mars mit seiner anregenden Energie bei euch in die zweite Dekade. Und am 9. November ist es dann soweit. Lilith verlässt die Opposition zum Zwillinge-Zeichen und geht in den Steinbock in euer 8. Sonnenhaus. Und schaut euch dazu doch bitte mein Special an. Gehe deinen eigenen Weg. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Freitag, den 10. November. Da haben wir den Mond im Partyzeichen Löwe. Und der verbindet sich hier mit dem Mondknoten. Und verbindet, und das auch noch den ganzen Samstag tagsüber, nacheinander alle Planeten, die günstig zur Zwillinge-Sonne stehen. So dass diese Zeit super ist zum Ausgehen, Feiern und Flirten. Alle Zwillinge, die Karneval lieben, sollten am 11.11. ruhig auf die Piste gehen. Da haben wir vom 13. bis 20. November eine heiße Phase mit fantastischen Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Spannungen. Bei euch könnte es zum Beispiel sein, dass ihr eine Liebelei im Büro oder mit jemandem aus der Vorstandsetage am Laufen habt, die vielleicht geheim gehalten werden muss und euch sehr zum Träumen anregt. Falls euch jemanden Versprechungen macht, würde ich in diesen Tagen nicht daran glauben. Es wird wohl eher bei einem schönen Traum bleiben. Vom 14. bis 19. bilden Mars und Pluto dann eine Spannung. Und das kann manche Menschen reizbar machen. Hier, Mars, Pluto, ne? Reizbar und sogar aggressiv. Der Mars steht zum Glück günstig zur Zwillinge-Sonne, aber es kann zum Beispiel sein, dass ihr euch beim Sex mit einer heißen Affäre oder vielleicht auch bei einer sportlichen Aktivität übernehmt. Also seid ein bisschen vorsichtig. Und Zwillinge in fester Beziehung müssen aufpassen, dass es nicht zu Komplikationen kommt, weil sie Fremdflirten und zu viel Spaß außerhalb der Beziehung suchen. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November. Das ist eine gute Zeit, um euch einzugestehen, dass ihr euch vielleicht in eine verzwickte Beziehungssituation hinein manövriert habt und der Partner nun vielleicht vor den Kopf gestoßen ist oder eifersüchtig ist. Vielleicht macht der Neumond auch euch eure eigenen Zweifel und Befürchtungen bewusst. Dann schaut sie euch liebevoll an und lasst sie anschließend los. Denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Als neuen Impuls könnt ihr dann darüber meditieren, was ihr euch idealerweise von eurer Partnerschaft für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt. Am 22. November geht dann die Sonne ins Zeichen Schütze und damit hier in euer Partnerhaus. Das ist für euch eine sehr günstige Energie und dann seht ihr und auch euer Partner eventuelle Probleme in einem viel optimistischeren Licht. Die Sonne bringt dann für die nächsten vier Wochen viel positive Energie in eure Freundschaften und Partnerschaften und ihr werdet inspiriert durch nette Menschen und Begegnungen. Vom 23. November bis zum 5. Dezember folgt dann eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter in einem Harmonieaspekt zu Romantikplanet Neptun. Nur leider steht der Romantikplanet eben in Spannung hier zur Zwillinge Sonne und das verweist immer wieder auf das Thema mit den heimlichen Affären oder auch den Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Ab dem 23. November geht dann auch die anregende Energie von Mars in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Und dann habe ich am 25. am Samstag noch einen Top-Tag für euch gefunden. Das ist ein super Tag, um entweder bei sportlichen Aktivitäten jemand Tolles kennenzulernen oder um sich mit einem heißen Liebespartner zwischen den Laken zu tummeln. Auch wenn ihr gerade auf Reisen seid, ist das ein super schöner Tag für euch. Vom 28. November bis zum 1. Dezember wird der Mars dann nochmal in einen recht hitzigen und spontanen Aspekt hier zum unberechenbaren Uranus gehen und gleichzeitig habt ihr die Sonne bei euch im Partnerhaus. Dieser Aspekt ist also sehr günstig und anregend, sodass ihr viel Spaß damit haben könnt, sei es beim Flirten, beim Sex, beim Sport oder bei kreativen Tätigkeiten. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Hohskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Hohskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video Gehe deinen eigenen Weg. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.